Premiere. Schaut mal, was ich heute in meinem Einkauf bekam. Den Netto Markendiscount. Ein Los. Ein Gewinnlos. Gejubelt und mitgemacht. Über 10.000 App gedrehte Preise zu gewinnen. Viele tolle Preise und sofort Gewinne. Jedes Los gewinnt. Moment mal. 7.777 mal das hier. Das ist ein Becher. Ein breiter Becher. Darauf steht geschrieben. Ähnliche Abbildung. Sweets für mein Sweet. Sweets von mein Sweet. Schocka von mein Darling. Das höre ich gleich. So, jetzt ist es umgedreht. Und jetzt wird geruppelt. Jetzt habe ich die Aufgabenstellung. Ich möchte rubbeln. Aber mit meinem viereckigen Holz. Ich möchte nämlich selber mein Holzgold auf, ist zu sehen, auf holztalente.cracker.info holztalente.cracker.info sieht ungefähr, ich kann euch ganz zeigen, so aus. So, so sehen die dekoriert aus. Und so sehen die graviert aus. Auf woodcoins.cracker.info woodcoins.cracker.info seht ihr die dann gestaffelt in Englisch oder Deutsch. So, jetzt nehmen wir mal das drum. Oder nee, wir nehmen, wir nehmen das drum. Zum Rubbeln. Das ist eine Premiere. Jetzt muss ich das irgendwie an die Brust drücken. Und mit einer Hand, ja, versuchen zu rubbeln. Und siehe da, es geht. Es ist jetzt hier eine Premiere. Es geht ohne, dass ich vorbereitet habe, es zu können. Ich muss jetzt gleichzeitig reden und diesen Code aufpuppeln. Entschuldigung, es wird euch gleich geoffenbart. Dauert noch eine Sekunde. Ist das spannend. Ob ich wohl zu den glücklichen Gewinnern gehöre, der 7777 Sugar von my Sweets. Da, da, von my darlin. Es ist ein einlisbarer Code mit einer Nummer. Was mache ich jetzt damit? Code freirubbeln, Code in der einer App, scannen oder eingeben. Und diesen, diesen unticken, den muss ich freirubbeln und an der Kasse abgeben. Was steht da? Warte. Vierfache Punkte. Hol ja mal. Da kriege ich Rabattpunkte viermal in der Menge. Also dadurch praktisch für 50 Euro einkaufen hätte ich für 200 gekauft. Das mache ich gerne. So Leute, das war's. Also meine Holz-Gravurscheiben sind auch geeignet, um zu rubbeln. Holztalente.cracker.info oder woodcoins.cracker.info für Englisch, Nahen und Amerikanen. Ich hoffe, ihr enjoyed es. Beginne Schopen bei Netto. Tschüss. Die Schopen bei Netto. Musik Vielen Dank.